Dazu gibt es zwei Aspekte. Der eine ist, vertrage ich denn die Impfung nach der durchgemachten Infektion? Ja, das ist kein Problem. Man kann auch nach einer Infektion geimpft werden, ohne dass man dann stärker reagiert. Und die zweite Frage ist eben, soll ich jetzt unmittelbar die Impfung annehmen? Und da muss man sagen, jetzt sollten erst mal diejenigen in den Genuss kommen, die bisher noch keine Infektion durchgemacht haben, die also noch überhaupt keinen Schutz genießen. Und im Anschluss werden dann diejenigen geimpft, die dann schon eine Infektion durchgemacht hatten, damit wir einfach einen möglichst breiten Schutz in kürzester Zeit jetzt auch erreichen können.